Mit der Funktion Meine Notizbücher können Sie auf Ihrem Tolino Vision Color in Verbindung mit dem Tolino Stylus handschriftliche Notizen erstellen, um Ihre Gedanken, Ideen und vieles mehr festzuhalten. Sie können so viele Notizbücher erstellen, wie Sie möchten. Tippen Sie auf den Menüpunkt Meine Notizbücher in der unteren Navigationsleiste. Tippen Sie auf Neu, um ein neues Notizbuch zu erstellen und vergeben Sie einen Namen. Wählen Sie nun den Typ des Notizbuchs, das Sie erstellen möchten. Sie haben die Wahl zwischen einem einfachen Notizbuch, mit dem Sie mit einem gewöhnlichen Stift auf Papier schreiben und zeichnen können. Mit dem erweiterten Notizbuch können Sie Ihren handschriftlichen Text in digitalen Text umwandeln, mathematische Formeln lösen, Diagramme zeichnen und einiges mehr. Nun können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihre Notizen, Zeichnungen und vieles mehr auf der Zeichenfläche festhalten. Durch einen Fingertipp auf die Bildschirmmitte oder das Symbol oben rechts öffnen Sie das Menü Ihres Notizbuchs. Über das Stiftsymbol können Sie Ihren gewünschten Stift, die Größe und Farbe wählen. Das Schreiben und Zeichnen funktioniert ganz intuitiv, wie mit einem gewöhnlichen Stift und Papier. Haben Sie sich für ein erweitertes Notizbuch entschieden, können Sie Ihren handschriftlichen Text ganz einfach in digitalen Text umwandeln. Tippen Sie hierzu einfach zweimal auf den zu formatierenden Inhalt. Dieser wird dann automatisch umgewandelt. Die Umwandlung Ihrer handschriftlichen Notizen in Text kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Notizen später bearbeiten möchten. Nachdem Ihre handschriftlichen Notizen umgewandelt haben, können Sie diese zum Beispiel als Textdatei exportieren und auf Ihrem Computer bearbeiten. Zum Exportieren öffnen Sie über die drei Punkte oben rechts die erweiterten Auswahlmöglichkeiten. Über den Menüpunkt Notizbuch exportieren können Sie beispielsweise eine TXT, Word oder HTML-Datei erstellen und diese im Anschluss über USB auf Ihren Computer übertragen. Wussten Sie, dass es über die Menüpunkte Diagramm einfügen bzw. mathematische Gleichung einfügen möglich ist, gezeichnete Diagramme über einen Doppeltipp umzuwandeln bzw. eine mathematische Gleichung auszurechnen? Über die Funktion Freiformfläche einfügen haben Sie zudem die Möglichkeit, frei mit Ihrem Tolino-Stylus zu zeichnen. Halten Sie Ihre Gedanken, Ideen und vieles mehr in Ihren digitalen Tolino-Notizbüchern fest!